überall suchen leute nach möglichkeiten aufgaben bequem erledigen zu können wir zeigen dir wie mila qualifizierte und freundliche leute zusammenbringt die gemeinsam mehr erledigen dürfen wir vorstellen andreas nach einer geschäftigen woche hat er noch tausend dinge zu erledigen aufgaben wie das hausputzen software installieren und das problem mit dem verstopften abschluss beheben stehen schon länger auf seiner liste so wollte er seine freizeit nicht verbringen was andreas braucht ist hilfe von qualifizierten leuten er beschließt mit hilfe der mila app auf seinem handy dienstleister in seiner umgebung zu suchen andreas kann auch eine aufgabe posten bald erhält er antworten von freundlichen menschen die seine aufgaben erledigen möchten dank mila kann andreas jetzt seine freizeit genießen mit jeder abgeschlossenen transaktion sammeln beide parteien punkte und verbessern ihre wertung auf mila jetzt da er glücklich ist fragt sich andreas wer mit mila wohl etwas dazu verdienen kann finde heraus wie auch du deine aufgaben mit das angels erledigen kannst wie auch du deine aufgaben mit mir erledigen kannst wie auch du deine aufgaben mit mila erledigen kannst